Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Minicraft Hunger Games Auf der Map hier Bereite 4 genau so heißt sie Und zwar zur Ausnahme auch mal mit Shadern Hab ich mal reingerauen jetzt hier so für die Aufnahme Ich hoffe das läuft einigermaßen flüssig In PvP ist das ja immer Ein bisschen ne Ich kann ja grad nochmal hier da baue ich nur 10, 10 reicht Bringt ja vielleicht schon ein bisschen was So Ich möchte hier mal ganz gut sagen in dieser Folge Runde, wat er war Warum nicht mehr täglich Videos kommen Das liegt zum einen daran dass ich schon wieder nix habe Und zum anderen liegt das daran dass ich einfach kein festes Projekt habe Was ich jeden Tag hochladen kann Selbst wenn ich es wollte was ich ja auch eigentlich will Aber zum Beispiel sowas wie DayZ was ich ja schon wieder verplant habe letzte Woche und diese Woche ja auch schon wieder Was ich jetzt gleich glaube ich auch mal mach Hoffe ich mal ne Oh Gott Hi Leute Wirst du nicht hörten Hörtest du mich? Das nehm ich mal ne Das nehm ich mal ne Gut ähm Was ls10x Keine ahnung So ja So ja hier an der 30-Frame-Grenze Ja doch Aber geht noch Hoffe ich Nein spenden nicht So also wie gesagt So wie gesagt hier DayZ kann ich nicht tagtäglich raushauen Weil wir dann Ähm Das ist schon mal vernünftig Och Das ist Ja Aber ich will das auch nicht jeden Tag Minikraft rausbringen Ja 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 Och Da legt's jetzt ein bisschen mehr So sortieren ist eigentlich nicht nötig Exactly Auf diese Riesen Dann select das von mir Okay das ist ein bisschen doof Da sind wir nochmal zufrieden hier Boah so ein Mongo Ach so ein Vollidiot Geh mir nicht auf die Nerven jetzt Das haben schon genug Leute geschafft in den letzten Tagen Jetzt halt Mach fang du nicht auch noch damit an hier Danke sehr Ich finde einfach kein Schwert gerade So hier sind ja noch ein paar Giesten Da nicht Aber hier Haben wir schon mal wieder einen Pfeil Und da ist noch eine Gieste Und da ist noch eine Gieste Toll Hm Du mich schon biete Ich brauche doch nur eine Schwert Bitte Bitte Oh Gott das ist ja dunkel Ach du Kacke Kommst doch nicht rein Nein das ist doch kein Schwert drin Hä wo ist der Mensch Jetzt kommt der ja nicht mal hin oder was Na toll Na toll Doch warte er geht hoch Jetzt können wir es abbauen Mit einem Bogen Das dauert fast gar nicht lange Das dauert fast gar nicht lange Das dauert fast gar nicht lange Okay vielleicht ist das jetzt unser Tod Komm schon Bitte biete 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 Jawohl Tschüss Viel Spaß Viel Spaß noch Ernsthaft Oh da sind ja welche Wie ich die einfach nicht sehe So schlicht So Schwert haben wir immer noch nicht Dafür wieder ein bisschen Hunger Hunger Ich dachte gerade oben ist einer So hier ist noch eine Kiste Wahrscheinlich haben die mich jetzt verfolgt Nee Oh doch Ah die erschwert Jaja Jaja so sieht das aus Genau Okay Leute Das ist doch scheiße Ich mach keine zwei Runden mehr in einer Folge Das ist voll kacke Das geht mir so auf die Nerven War ja das Ja okay Ja okay Ah dankeschön Ah war klar Arschloch 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 Jaja Jaja Ja Was soll Ja genau Was soll man dazu sagen Gell Halt die Klappe Okay Leute Schau die gang für diese kurze Folge Was habt ihr alles dem Arsch hinter uns zu verdanken Und deswegen Tschüss 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 Toh Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020